Willkommen zurück zur 23. Folge Let's Play Civilization 3 von Mitgezwitschert. Und ja, beim letzten Mal ist uns ein kleines Ungeschickt passiert. Und zwar ist uns das Spiel hängen geblieben. Und deswegen muss ich jetzt aus dem Autosave laden. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Illuminaten was damit zu tun haben. So, ich hoffe, uns bleibt das Spiel nicht gleich wieder hängen. Das wäre doch sehr unschön. Das wäre doch jumped out. So, das wäre doch echt für bekanntlich. So, ich würde gerne bei mir sagen. So, ich würde gerne bei mir auf Russians meille verließen. Und hier ist so ein weiteres Barbaren-Schiff, was mich sicher gleich eingreifen wird. Und der Rifleman ist jetzt hier runtergewandert, sodass ich die Kavalerie wieder aktivieren kann und losschicken kann, um hier Dinge zu tun. Zum Beispiel diesen russischen Krieger anzugreifen oder andere Dinge. Die Stadt wird ja jetzt schon von einer guten Einheit verteidigt, diesem Rifleman. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was bauen die hier eigentlich. Den Rifleman, den brauchen wir natürlich jetzt nicht, jetzt nehmen wir ein Courthouse. So, hier ist auch eine Einheit fertig, die werde ich jetzt mal hier hinschicken, weil hier nämlich so ein Krieger ankommt und mich vermutlich angreifen möchte. Von den restlichen Einheiten warte ich jetzt mal. Ja, ist doch nicht wahr. Der verliert nur einen Lebenspunkt. Civil Disorder in Hannover. Und jetzt habe ich auch die Kanalisation fertiggestellt und kann dementsprechend als nächstes Krankenhauser bauen, was ich auch zügig tun werde. Jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes angehe. Scientific Method wäre keine schlechte Idee, weil dann kann ich die Evolutionstheorie bauen als Weltwunder. Und dadurch werden mir gleich zwei Advances, zwei Forschungen quasi geschenkt. Das bringt jetzt nicht so viel, aber als nächstes käme ich dann hier zur Infanterie und kann auch ganz gut weiter forschen. So, jetzt muss ich mal hier gucken, hier greift uns ja gleich eine Einheit an, deswegen würde ich mal diesen Arbeiter verteidigen. Diese Einheit muss kurz regenerieren, fahre ich kurz aus den Grenzen raus und dann ein kurzes Festsetzen. So, Köln hat sich eine zweite Verteidigungseinheit gebaut. Köln hat ja schon zwölf Einwohner, von daher werde ich jetzt hier auch als nächstes, also dieses Cologne-Köln, als nächstes das Hospital bauen. Ja, so leicht kann's gehen. Du gehst regenerieren, du versuchst es. Ja, hier werde ich jetzt auch mal die Riflemans angehen. Um diese Städte hier zu versorgen und dort die Kavalerien wieder frei zu machen. Ah, jetzt sehe ich hier was, ich hatte ja die Armee schon geweckt, um sich mal wieder zu bewegen und hier rüber zu ziehen, weil die ist ja jetzt inzwischen regeneriert und muss nicht in St. Petersburg rumstehen. Aber das ist jetzt in der letzten Folge durch den Absturz verschüttet gegangen. Aber das haben wir jetzt nachgeholt. Die Römer bauen fleißig Inselstädte. Ich muss an Hannover denken. Ich glaube, es ist schon zu spät. Was zur Hölle? Ein automatisierter Arbeiter. Na toll. Der läuft natürlich direkt. Ich versuche den zu sichern und der läuft natürlich direkt vor die Hände oder in die Hände des Feindes. Wie dumm das ist, wie dumm das ist. Das ist unglaublich. Ja, automatisch Leipzig muss natürlich erstmal Gelahns Reise fertigstellen. Das passiert auch just in diesem Moment. Da ist es, dieses kleine Gebäude. Hier ist auch schon ein Wolkenkratzer, der quasi die industrielle Zeit symbolisiert. Ein kleines Denkmal. Magellans Reise. Und Magellans Reise bringt uns jetzt, dass alle Schiffeinheiten einen weiteren Zug zur Verfügung haben. Ja, und ein Hospital ist angebracht. Und ein weiteres Weltwunder, die Johann Sebastian Bach Kathedrale wird hier gebaut. Und das ist echt kein schlechtes Ding, weil das senkt die Zahl der unglücklichen Leute um zwei pro Stadt auf dem gesamten Kontinent. Und das bringt uns jetzt ordentlich voran, glaube ich. Ja, auch hier ist ein Hospital völlig, aber ich gucke nochmal in die Stadt rein. Genau, ich kann hier nämlich jetzt wesentlich aktiver werden. Hier müssen wir erstmal die Trading Company fertigstellen. Da können wir sofort wechseln. Hier würde ich den Riffelman auch noch fertig machen. Dauert ja nicht lange. Wechsel ich sofort. Dort lasse ich die Bank fertigstellen. Hier wechsel ich wieder sofort. Wechsle ich auch sofort. Wechsle ich auch sofort. Wechsle ich auch sofort. Wechsle ich sofort. Wechsle ich sofort. Wechsle ich sofort. Wechsle ich sofort. Und hier ist ein Marktplatz fertig. als nächstes die Bank. Ja, Aquaduct, nee, ist nicht sinnvoll. Ich muss unbedingt erst das Courthouse bauen. Danach kann ich gerne das Aquaduct bauen. Hier sieht es ähnlich aus. Ich hatte doch jetzt in drei Orten... Ja, das relativiert sich dadurch, dass ich die Johann-Sebastian-Bach-Kathedrale gerade gebaut habe. Jetzt kann ich hier sowieso erstmal in jeden Ort reingehen und einmal draufklicken, weil ich jetzt weniger Leute brauche, die meine unzufriedenen Menschen glücklich halten. Ja, tatsächlich immer noch nur eins. Ist die Hölle, es ist die Hölle. Ja, die meine unzufriedenen Menschen glücklich halten, dadurch, dass ich einfach zwei weniger Personen unzufrieden habe. Ich sehe schon, das drückt sich insofern aus, dass einfach zwei Luxuries mehr Happy Faces bekommen. Und ich werde, als anfangs die Seide zwei Happy Faces hatte, ein Weltwunder gebaut haben, in dem Moment, was einen ähnlichen Effekt hatte. Das ist jetzt meine Theorie. Vielleicht stimmt sie sogar. Und weiter geht die wilde Klickerei. Ich will dir ja, also vielleicht passiert das auch automatisch in der nächsten Runde, aber ich will natürlich den Bonus sofort nutzen und auch in dieser Runde schon mehr Schilde produzieren, um schneller voranzukommen. Ich will natürlich hier alles von der Korruption, gefressen, was ich an Schilden herstelle. Das ist natürlich sehr unschön, aber damit muss ich erst mal leben und hoffe natürlich, dass der Krieg auch nicht mehr allzu lange geht. Also eigentlich macht es ja im Moment ganz gut Spaß. Und ich will mich jetzt hier auch nicht mit irgendeinem Scheiß abspeisen, den mir die anderen Zivilisationen anbieten. abspeisen lassen. Die sollen mir schon ordentlich was bieten, dafür, dass der Krieg beendet wird. Das ist, denke ich, auch gerechtfertigt, weil sie haben ihn angefangen, also mal von den Russen abgesehen. Ja, kommt ihr mal auf mich zu? guerrere Beide Pieamanen abgesehen. Ich werde 2022 Die Stadt wird relativ schnell wachsen, sodass ich hier auch schon das Hospital angehen kann. Und wir sehen, wir haben einen Zug mehr. Und wir sehen, wir haben einen Zug mehr. Und wir sehen, wir haben einen Zug mehr. So, der Arbiter kann hier auch mal aktiviert werden. Sowie auch die andere Kavallerie. Und wir sehen, wir sehen, wir haben einen Zug mehr. Er versteckt sich auch gleich wieder. Leider. Sehr gut. Da ist eine Bank fertig geworden. Und er empfiehlt mir als nächstes Hospital. Das werde ich auch machen. Ja, jetzt gibt es hier erstmal überall fette Partys. Durch die Shakespeare-Kapelle. Ich versuche das. Ah, so ein Mist. Naja. Konnte schief gehen. Ist passiert. Lässt sich nun nicht mehr ändern. So, was baut ihr jetzt nächstes Hospital? Das ist vollkommen richtig. Ich versuche das. Okay. Ja. Auch Riga gehört nun zu meinen Ländereien. Gleich weiter nach Rostov. Und das Court ausbauen. Und auch hier Court aus. Und ich will jetzt gleich mal speichern, nicht dass das nochmal passiert. Wir haben ja wie gesagt Folge 23. Also speichere ich in dem ungeraden Speicherslot. Okay. Okay. Ja. Sollen Sie mal angreifen? Das macht sich immer leichter, denn meine Angriffsstärke ist in jedem Fall deutlich überlegen mit der Cavalry. Eine weitere Stadt erobert. Ja. 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 Zumindest diese beiden Städte sind schon mal verbunden. Berlin. Berlin und Rifleman gebaut. Den werde ich auch mal hier lassen, um meine Hauptstadt zu schützen. dann schicke ich mal eine von diesen hier runter in die Orte, die noch keine Verteidigung haben. Kurz regenerieren. Und hier werde ich mal kurz noch mit diesem Warrior die restliche Karte aufdecken. Das ist das doofe im Dschungel, dass ich keine zweiten Züge habe. Was ich ja normalerweise bei einer Kablerie immer habe. So, und auch hier soll noch eine weitere Stadt gebaut werden. Und auch du sollst mal dich um Verstärkung kümmern. Hier warten wir noch mit den Einheiten. Äh, ne, das macht keinen Sinn, weil ich bin ja mit der Kablerie schon weitergezogen. Deshalb gehe ich mit denen jetzt auch direkt in den nächsten Ort. Demos kurz regenerieren. Und die Arbeiter arbeiten fleißig. Schön, da sind noch Freizüge vorhanden. Dann gehen die Einheiten wenigstens nicht leicht zu Bruch. So, hier ist jetzt das Courthouse gebaut worden. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und hier ist das erste Hospital in New Hamburg errichtet worden. Und ich glaube in New Hamburg werde ich jetzt auch das Shakespeare... Ach ne, das macht ja keinen Sinn. Da hatte ich ja schon gesagt, das muss in einer Stadt gebaut werden, die massiv wachsen wird. Und deshalb ist das mit der Kablerie hier schon eine ganz gute Idee. Ich ziehe selbst an der zweite Verteidigungseinheit gebaut, das ist in Ordnung. Die Einheiten werde ich mal versuchen zu schützen. Ich darf hier mit diesen losziehen. Ja, sehr gut möglich, dass ich die jetzt verliere. Die zum Angriff. Ja und das ist doch schon wieder ein ziemlich guter Ort, um eine Stadt zu bauen. Oder vielleicht hier unten. Da bekomme ich nämlich den Fisch noch. Und ich nutze die Fläche besser aus. Zum Angriff. Du kannst die Stadt gleich verteidigen und du baust eine weitere. Schau mal. Ähm. Ähm. Bitte was? Da kann doch höchstens unseren... Muss ich gleich mal gucken. Sehr gut, sehr gut. Aber das hält ja nicht lange durch. Oh, er hat einen Zug. Oh, er hat einen Zug. Das ist schön. Ja, so kann auch er sich retten. Aber der Longbowman leider nicht. Ja. 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 Ja, wieder die Hauptstadt erobert. Und... Wir haben noch einen Resistor. Und auch du sollst dich mal um Verstärkung kümmern. dann wie auch immer geartet, die dann sein wird. Und wir bauen hier eine Stadt und nennen sie das übliche Problem. Ich bin mal so frei. Und als erste Aktion das Court House. krankchen könnte ich jetzt nicht aufnahmeeisen. Okay, jetzt... Und... Es so ist... Wie ist es? Ich glaube, die Cavalry wird eigentlich nichts gegen das. schneller sein statt statt mit dem archer loszuziehen bei dem longbow man könnte ich auch die kavalerie nehmen nee die karavelle brauche ich nicht ich dachte an die kavalerie ja ein elefantin hat sich was getan da muss ich jetzt mal gucken ob die elefanten noch da sind oder ob es jetzt tatsächlich die arbeiter die elefanten weg gemacht haben und was ich total vergessen habe ist zu gucken ob ich rubber bekomme ok hier ist das hospital fertig ich bekomme kein rubber kein gummi dann muss ich mich mal umsehen wo ich gummi herbekommen da ist auch das hospital fertig da gibt es auch nichts mehr zu bauen daher werde ich mal einen riffelmann in angriff nehmen hier ganz ähnlich elektrizität ist auch wieder so eine brückentechnologie natürlich in wirklichkeit nicht aber im spiel so hier gibt es ein paar städte wo ich die ordnung wieder herstellen muss die ehemaligen russischen städter sind das ja und ich wollte mal nach dem rubber gucken ob ich das irgendwo finde ob hier irgendwo gummi rumliegt denn es ist ja nicht unwichtig dieses auch zu haben um damit zum beispiel später reifen zu bauen und damit wiederum fahrzeuge zu bauen ja das ist natürlich alles so eine kette an dingen hier sehe ich auch kein rubber hier ist kohle rubber sage ich schon kohle ist doch was ich brauche hier ist es aber kann ich dann noch gar nicht oder kann ich war aber schon was war die technologie baum hätte ich gerne kohle kann ich kohle kann ich ab hier genau und rubber ist genau da geht das geht es erst hier los also ist es kohle was ich meine genau also muss ich kohle bekommen denn auch kohle habe ich noch nicht aber ich habe gerade welches auf der karte gesehen wäre natürlich schön wenn auch was in der unmittelbaren umgebung wäre ist ja doch schon stück weit weg ja hier etwas und das ist noch wesentlich mehr ja und die anderen zivilisationen können das also zumindest die auf meinem kontinent können das eh noch nicht sehen weil sie die technologie noch nicht erfunden haben und sie scheinen so wie es mir aussieht auch wenn die kohle gut zu übersehen ist auch nicht über die technologie zu verfügen also nicht über die technologie sondern über kohle als ressource selbst hier in den anderen orten da ist kohle jetzt auch nicht in der nähe hier sehe ich jetzt auch keiner ich weiß nicht vielleicht seht ihr welche ich sehe keiner die karte ist ja hier noch ein klein wenig größer hier ist kohle also im gebiet der der amerikaner die hier fleißig expandiert haben und schon rund um mich herum städte gebaut haben die römer sind ja nur beim übersiedeln beziehungsweise bauen städte auf inseln weiß ich nicht ob das groß sinn macht wenn man nur wasser um sich herum hat gut hier ist es noch was anderes aber hier ja ok kablerie aktivieren und den longbowman zurückholen auch auch leid die vor also die ja versuche ich mal diese kolonie zu erobern das klappt doch gleich viel besser und ich habe einen großen führer bekommen und das ist auch eine hervorragende sache das werde ich erst mal warten der richthofen und den werde ich jetzt begleiten weil der hat nämlich jetzt einen ganz speziellen zweck bei mir mit dem werde ich nämlich mit einem schiff rüberfahren in die neue welt und dort dann ein gebäude harin also die ausführung eines gebäudes oder den bau eines gebäudes beschleunigen und das werde ich beim verbotenen palast machen und dadurch komme ich sehr schnell bekomme ich sehr schnell die möglichkeit hier in der nähe gute produktion zu haben aber ich glaube nicht dass ich sie hier oder dass ich den verbotenen palast hier bauen werde sondern ich werde im verbotenen palast hier bauen zum beispiel in potsdam genau aber das wird noch eine weile dauern und weil ich erst mal diesen führer überhaupt in die neue welt bekommen muss jetzt stehen wir hier erst mal vor einem anderen kleinen problem und zwar der frage was in diesem dorf drin sein mag das kann jetzt natürlich sein dass da geld drin ist was mir gar nichts bringt weil es sofort wieder von meinen minus von meinen steuern aufgefressen wird das könnte sein dass da einheiten drin sind also feinde die werden meinen siedler töten ja und sonst bleibt fast gar nichts mehr anderes übrig um die zeit sonst bekommt man immer noch erfindungen wenn es früh ist in der in der entwicklung aber 1600 was wir jetzt inzwischen haben wird wohl wird wohl nicht dafür sorgen dass ich eine erfindung bekomme und es kann natürlich auch einfach leer sein schauen wir mal 50 gold das ist natürlich dann sofort wieder weg nach der runde zurück nach münster mit dir und abermals greife ich die russische hauptstadt an nehme sie ein lasse den riffle mann so aktiviert ja komm ja komm ja das war die letzte russische stadt die ich gesehen habe schön in königsberg ist auch das courthaus fertig das bringt mir hier tatsächlich sofort eine verbesserung bei den schilden um um da wird sich mal die universität angehen um 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 ein um 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 im um 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 Vielleicht wird der Birka auch direkt hier Verbesserungsanlagen bauen. Ach ja, was ich total vergessen habe, in Elefantin zu gucken, ob die Elefanten noch da sind. Aber es sieht sehr gut aus, die Elefanten sind beide noch da. Ich dachte nämlich, oh Gott, nicht, dass mir deine Arbeiter die Elefanten da weghacken. Das wäre ja ein Drama gewesen. Ich habe ja Weihrauch, das beeindruckt mich gerade ein wenig. Ich weiß gar nicht wo. Ich meine, ich habe es natürlich in der neuen Welt jetzt, aber ohne einen Hafen, über den die Stadt ja nicht verfügt, kommt man da eigentlich nicht ran. Naja, soll mir egal sein. Ich greife einfach weiter an. Ich brauche hier einfach noch mehr, viel mehr Einheiten, um da voranzukommen. Und ich gucke mal, wo die Russen jetzt geblieben sind. Ich meine, ich habe jetzt hier alle Städte... Alle mir bekannten Städte eingenommen. Ja. Dann wird es wohl noch mir und... Ah, hier ist Krosny. Da gibt es noch eine russische Stadt. Interessant. Da gibt es noch eine Russische Stadt. So, und der Richthofen? Gut. So, und der Richthofen? So, und der Richthofen? Hamburg hat auch das Krankenhaus gebaut. Battlefield Medicine und Military Academy. Da sollte ich durchaus mal gucken, ob ich das vielleicht nicht als nächstes in Angriff nehme. Ich gucke gleich in die Civiclopedia, Battlefield Medicine und Military Academy. Hier werde ich mal eine vernünftige Verteidigungseinheit bauen. Das Biermann geht doch auf Dauer nicht. Ja, auch hier mal eine vernünftige Verteidigungseinheit. Bremen ist auch fertig mit dem Hospital. Da werde ich mal wieder Kablerie produzieren. Gibt es jetzt einen Worker in New Königsberg? Ja, ich könnte jetzt hier das Hospital schon angehen. Aber das wäre sinnvoller, hier erstmal Kablerie zu bauen. Hier gab es einmal Aufstände. Wollen wir nicht. Ja, Battlefield Medicine und Military Academy. Das sind Small Wonders. Battlefield Medicine. Das ermöglicht, dass Einheiten auch in Feindesland sich regenerieren können. Was ein ganz okayes Feature ist. Und Military Academy ermöglicht überhaupt Armeen zu bauen ohne einen Führer. Den zweiten Führer habe ich ja gerade bekommen, diesen Richthofen. Aber den werde ich halt für was anderes nutzen, als eine Armee zu konstruieren. Nämlich, sie können, also Führer können halt eben Armeen konstruieren oder Production hurryen. Genau. Ja, und das soll's für dieses Let's Play erst einmal gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.